Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was das hier ist, das sind universelle Ladegeräte, die sich jeder selber zusammenbasteln kann im Baukastenprinzip. So kann sich jeder sein perfektes Ladegerät basteln. Mit einem universell einstellbaren Netzteil und den restlichen benötigten Bauteilen, damit ihr ein funktionierendes Ladegerät habt. Alternativ kommen dann noch Zusatz-Tuning-Teile dazu, sozusagen zum Beispiel so ein 5-Watt-Potty könnt ihr noch mit einbauen, in Reihe zum Vorwiderstand. Ladeabschaltung könnt ihr noch mit einbauen und ein extra Einschalter, kann man sich zum Beispiel auch noch ranbasteln. Mal gucken, was euch noch so einfällt. Das sind von mir die verschiedenen Tuning-Teile und ich denke mal, verschiedene Netzteile kann ich auch anbieten, dass ihr alle möglichen Spannungen ausprobieren könnt. Die Anleitung dazu wird hier unten verlinkt. Und auch Spezial-Verritringe könnt ihr dann in den Optionen auswählen. Die vertreibt der Action for free, die gehen noch ein Stückchen besser, da kriegt ihr mehr Windungen drauf und könnt dann auch höhere Spannungen fahren. Und das hier sind meine Kerne, die ihr von mir bekommt, die gehen auch ganz passabel, aber ich muss sagen, die hier, die gehen ein Tick besser. Ja, das könnt ihr dann als Zusatzoption dann auch noch auswählen. Frohes Baster!